In einem Zug waren viele Passagiere. Mehr Menschen hatten Wartetickets als bestätigte Tickets. Es war Sommer und sehr heiß. Die Leute waren besorgt, aber ein Junge hatte Glück, denn neben ihm saßen zwei hübsche Mädchen mit ihrer Mutter. Diese Reise würde eine der schönsten seines Lebens werden. Was auch immer diesem Jungen auf dieser nächtlichen Zugfahrt zugestoßen sein mag, er würde es niemals in seinem Leben vergessen. Tatsächlich beginnen die beiden Personen, die vorne sitzen, ein Gespräch miteinander. Und als die Nacht hereinbricht und alle auf ihren Sitzen eingeschlafen sind, ruft der Junge das Mädchen mit einer sehr liebevollen Geste in Richtung des Badezimmers. Das Mädchen schaut sich um und bemerkt, dass niemand wach war. Überall schliefen die Menschen. Auch seine Mutter schlief tief und fest. Dann folgt sie dem Jungen auch in Richtung Badezimmer, und es wird ihnen sicherlich Freude bereiten zu erfahren, was am Strand zwischen ihnen geschieht. Freunde, das ist eine wirklich romantische Geschichte, also bleiben Sie bis zum Ende des Videos dran. Aber bevor Sie mit dem Video fortfahren, liken Sie bitte unser Video und abonnieren Sie den Kanal. Also, beginnen wir mit der Geschichte. Tatsächlich war eine Frau namens Suman mit ihren beiden Töchtern in einem Zug unterwegs. In Prem war so viel Gedränge, dass niemand da war, niemand war da, und wer auch immer wartete, bekam einen Platz, wo er konnte. Unten auf dem Boden, direkt an der Tür, neben dem Badezimmer, sitzen alle, denn diese Leute haben Fahrkarten für das Schlafwagenabteil. In dieser Menge war ein Junge namens Shiva, der auf seinem Sitz am Fenster saß. Ein anderer Mann saß auf demselben Platz, und plötzlich kam Suman mit ihren zwei Töchtern. Eine ihrer Töchter, Reka, ist 21 Jahre alt, und die andere, Kaya, ist 18 Jahre alt. Die beiden Mädchen sahen wirklich sehr schön aus. Er stand neben dem Fenster, wo Shiva saß, und sie sitzt neben ihm. Bereits zwei Jungen saßen auf dem Sitz, nämlich Shiva und ein weiterer Junge. Nun sitzen diese drei auch dort, also sind fünf Personen auf einem Sitz. Dann sagt Suman, die dort ist, zu Shiva, welcher Sitz gehört dir? Mein Platz. Daraufhin sagt sie, dass es großartig wäre, wenn er sie am Fenster sitzen lassen könnte, weil sie sich unwohl fühlt, wenn sie am Rand sitzt. Jetzt bemerkt er, dass zwei Mädchen bei ihnen waren, und er sagt okay, du setzt dich hin, jetzt geht sie zum Fenster. Shiva, seine Tochter Reka, setzt sich neben sie. Dann sagt Reka, Mama, hast du wieder ein Drama gemacht, als Papa sagte, dass die Klimaanlage an ist? Du hattest das Ticket abgelehnt, und jetzt, wo sie hierher gekommen ist, ist ihr heiß und sie ist verwirrt. Manchmal schaut sie auf ihre eigenen Füße, dann auf die von Shiva, der neben ihr sitzt. Manchmal blickt sie auf ihre eigene Schulter und dann auf die Schulter eines anderen. Jetzt versuchte sie zu entkommen, aber wohin sollte sie gehen, wenn sie ausrutschte? Es war kein Platz. Dann sagt sie, dass es viel Ärger gibt, es ist so heiß. Wie kommen wir nach Hause? Dann sagt Shiva, dass der Personenzug so überfüllt sei. Es ist immer ein Gedränge da, sobald ich nach Hause gegangen bin und im Badezimmer gesessen habe. Nachdem sie das gehört hat, sagt Reka, Hachi Bayer, wie redest du bloß? Du bist weggegangen, während du im Badezimmer saßest. Wie bist du weggegangen, nachdem du da gesessen hast? Also sagt er, was soll ich tun, ich hatte kein Ticket und dank Juga hatte ich mir etwas Platz verschafft und saß neben jemandem. Aber als ich zur Toilette musste, dauerte es eine halbe Stunde, um dorthin zu gelangen. Es war so voll, und als ich dort ankam, fühlte ich mich leer und dachte, ich setze mich einfach hier hin. Also setzte ich mich hin und ging. Reka sagte, Bruder, es ist eine seltsame Geschichte, dass du weggehst, während du im Badezimmer sitzt. Jetzt versucht sie, sich etwas von ihm zu entfernen, aber es war kein Platz mehr. Nachdem eine Stunde vergangen war, setzte sich der Zug endlich in Bewegung. Niemand kam, um kaltes Wasser zu holen, niemand kam, um Wasser zu holen. Sobald die Leute im Zug ankamen, um Wasser zu verkaufen, tranken sie alles, was sie an Wasser mitgebracht hatten. Jetzt sagt die Schlange, dass niemand kommt, niemand ist da, um uns zu fragen. Dann hält der Wagen an einer kleinen Station. Dort, wo diese Leute saßen, war ein Notfenster, dessen Gitter man hochklappen konnte und das wir erreichen konnten. Shiva, der er ist, springt sofort, sobald der Zug anhält. Er beginnt, die Geschäfte hier und dort zu erkunden. Er besucht sie, kauft Wasser und trinkt es, woraufhin sie sagen, Mann, wir hätten auch bestellen sollen. Sie nennen ihn jetzt Bayer Bayer. Danach hört er gar nicht mehr zu, und sie ruft lauter, er ist der Bruder im Badezimmer. Sobald sie das sagt, ist er der Bruder im Badezimmer, weil es ihres ist. Sie kommt aus dem Fenster und sagt, alle Leute schauen sie an, Shivongi. Er sieht sie an, sie gestikuliert, ruft ihn zu sich und sagt, hey Bruder, nimm diesen Fünfziger und hol zwei Flaschen Wasser. Er geht, bringt das Wasser und sobald er es gibt, fährt der Zug los. Dann sagt sie, hey Bruder, setz dich bitte, setz dich schnell hin, wie möchtest du sitzen? Er rennt zur Tür, und von dort aus kommt er nach etwa zehn bis 15 Minuten wieder herein. Kaum ist er zurück, verkündet derjenige, der vorne sitzt, dass der Toilettenmann gekommen ist. Sobald sie das hören, bricht bei allen wieder Gelächter aus. Er fragt, sag mir, Bruder, sagt das überhaupt jemand? Als er erwähnte, dass er der Badezimmertyp ist, schauten mich alle an, als ob ich tatsächlich ein Badezimmer putze. Als sie das hörte, begann Reka zu lachen und entschuldigte sich, Bruder, aber deiner. Ich kenne nicht einmal seinen Namen. Als ich dich ganz normal rief, hast du mich nicht gehört. Also musste ich fragen, wie ist dein Name? Und er antwortet, mein Name ist Shiva. Dann sagt Reka, oh Mann, das ist wirklich. Ein sehr schöner Name für dich. Sie rutscht dann zur Seite und sagt ihm, sich neben sie zu setzen. Sie gibt ihm ein Zeichen, sich hinzusetzen, und Shiva setzt sich an seinen Platz. Er hatte ein zwei Liter großes kaltes Getränk mitgebracht. Danach öffnet er das Kaltgetränk. Rekas Mutter erzählt Suman, dass die Tante ein kaltes Getränk trinken wird, damit sie etwas Erleichterung von der Hitze bekommt. Sie sagt zu ihr, dass sie es nicht ganz austrinken soll, und sagt Ria, dass er es trinken soll. Dann gibt er es an Reka weiter und sagt, dass sie zwei Liter kaltes Getränk hätte mitbringen und alleine trinken können. Reka antwortet, oh nein, ich würde es bis zum Morgen trinken. Daraufhin beginnen alle Leute zu lachen und können nicht mehr aufhören. Ein oder zwei Stunden vergehen und Reka sagt zu Ria, dass es besser gewesen wäre, wenn sie das kalte Getränk nicht getrunken hätte, jetzt hat das Problem begonnen. Sie mussten ins Gästezimmer, beide murmelten miteinander, dann sagte sie zu ihrer Mutter, ihre Mutter steht auf und geht und sieht, dass so viel Gedränge auf der Galerie war. Dann kommt sie und setzt sich auf die Sitz, zeigt auf ihre Mama und sagt, Mama musste gehen, aber es ist viel Gedränge, wie soll Shiva gehen? Geh, die Leute werden aufstehen. Sie sagt, Bruder, wem soll ich das erzählen? Und du weißt doch, wir sind Damen, wenn du nicht hier wärst. Er antwortet, ja, okay, ich gehe jetzt. Diese Leute folgten ihnen und alle redeten lautstark auf sie ein. Er sagt, oh Bruder, geh ein wenig zur Seite, hol ein Feldbett, warum ist es so weit ausgebreitet? So führt er sie weiter ins Wohnzimmer, spricht mit jedem und kommentiert alles. Als ich in Vars Zimmer ging, waren alle Badezimmer dort besetzt. Als sich die Tür eines öffnet, geht Rhea hinein, jetzt stehen Reka und Shiva draußen, dann schaut ein Junge, der an der Tür sitzt, Rhea an. Als Shiva ihn ansieht, sagt er, Bruder, hast du das nicht gesehen? Mensch? Das ist aus der Ära der Dinosaurier. Jetzt senkt er den Blick, Reka beginnt zu lachen. Dann, als das Badezimmer leer ist, gehen beide hinaus. Danach kommen alle Leute zurück. Nachdem sie zurückgekommen sind, sagt Reka, Mama, wenn sie nicht gehen, können wir wirklich nicht gehen. Als sie sahen, dass es wirklich eine riesige Menschenmenge gab, fing Rhea an zu lachen und sagte, Bayer hat so etwas und so etwas erzählt. Jetzt haben sich alle Leute hingesetzt und es ist 10 Uhr abends. Alle fangen an zu essen. Was auch immer sie wollten, diese Leute hatten Brot und Gemüse mitgebracht. Rhea Reka und ihre Mutter Jyuti Suman nehmen ihr Essen heraus und beginnen, es zu essen. Sie sagt, Bruder, wenn du ein wenig dorthin gehst, können wir etwas zu essen haben. Dann geht er zum Fenster, sie holt ihr Tiffin heraus und sagt zu ihm, Bruder, du hast nichts mitgebracht, oder? Dann sagt er, nein, Tante, ihr esst alle. Also sagt Reka, hey, wir füttern dich nicht, wir fragen nur, ob du etwas mitgebracht hast oder nicht, dann sagt er, doch, ich habe es mitgebracht. Ich habe etwas mitgebracht, aber jetzt, wie man am Strand ist, bin ich mir nicht sicher, ob ihr essen werdet oder nicht, es gefällt mir nicht. Reka fragte, was für ein Essen habt ihr mitgebracht, das wir nicht am Strand essen können, und er antwortete, ich habe eine Packung Biryani mitgebracht. Nachdem er Hühnchen Biryani bestellt hatte, sagte Reka, hey, wir essen, kein Problem, Mama, ISS nicht, wir essen, also isst du, Mama, geh du einfach darüber. Dann dreht sie ihre Mama auf die andere Seite, und alle drei kommen zusammen. Shiva, der den Hüder aber die Biryani mitgebracht hat, packt die ganze Kiste weg, sobald er sie öffnet. Er fordert diese Leute auf, ein wenig zu essen. Sie sagen, Bruder, wenn du mein Brot nimmst, werden wir es essen. Also nimmst du zuerst Brot, und so essen und trinken diese Leute. Danach sind sie an der Reihe, zu schlafen. Auf dem mittleren Platz saßen drei Leute auf einem Platz. Suman sagt, Bruder, T.O. eine Sache. Ist schlafen sie auf dem Strandsitz, wir setzen uns hin und legen uns hin. Dann sagt er, nein, Tante, du schläfst bequem auf dem Strandsitz. Deine Gesundheit könnte sich verschlechtern. Wir richten uns nach den Möglichkeiten, und wenn es nötig ist, schlafe ich. Ihr seid Damen auf der Etage, es wird Ärger geben, sagt seine Mutter. Mein Sohn, du hast ein bestätigtes Ticket, wie wirst du unten schlafen? Er sagt, Tante, hast du nicht gehört, dass ich auch auf die Toilette gegangen bin? Dann fangen alle wieder an zu lachen. Jetzt sagt Ria, Bruder, du hast wieder das Gleiche angefangen. Jetzt wirst du machen, was auch immer du gegessen und getrunken hast, ich erbreche. Was? Alle gehen zu ihren Plätzen. Ria, die anwesend ist, nimmt zuerst nur die Hälfte des Platzes ein. Dann spreizt sie ihre Beine ganz. Shiva-Yi sitzt neben ihr, während Reka auch sitzt. Langsam wird es Mitternacht. Seit einiger Zeit sind diese Leute mit dem Handy beschäftigt. Danach legen wir das Handy weg, weil Shiva keine Lust mehr hat. Sein Herz ist woanders. Allmählich beginnt Reka einzuschlafen. Sie legt ihren Kopf auf Shivas Schulter, versucht zu schlafen, hebt dann aber immer wieder den Kopf. Shiva sagt, dass es kein Problem ist, wenn du es behalten möchtest. Sie legt ihren Kopf bequem ab und beginnt zu schlafen. Als Shiva sieht, dass sie eingeschlafen ist, legt er vorsichtig seine Hand hinter sie, um sie zu stützen, falls sie fällt. Er ist da und legt seine Hand an ihre Taille, um sie zu halten. Als Reka dann ihre Augen öffnet, steigt der Herzschlag von beiden an. Dass es am Strand mit so vielen Menschen keine Angst gibt, ist bemerkenswert. Shiva sagt, er habe Angst, jedoch nicht vor Menschen, sondern vor dir. Dann erklärt sie ihm, dass er sich vor deinen Handlungen fürchtet. Auch sie hat Angst. Er nimmt seine Hand von ihrer Taille, woraufhin sie sagt, kein Problem, fürchte dich nicht, aber geh nicht weiter. Sie ergreift seine Hand, legt sie auf ihre Taille zurück und sagt, danke, Bruder. Jetzt sitzen beide hier, um auf mich aufzupassen. Alle anderen waren schon eingeschlafen, doch diese beiden begannen miteinander zu plaudern. Was machst du beruflich? Was machst du in deiner Freizeit? Wo wohnst du genau? Wie gebildet bist du? Wer ist da im Haus? Wie viel verdienst du? Solche Dinge kommen nach und nach in beiden Liebesgesprächen auf. Jetzt hatten beide viel miteinander zu tun, aber nun saßen sie da und Ria schlief. Was hätte man tun können? Jetzt bleiben beide auf dieselbe Weise im Zug, dann steht Suman auf. Sie sieht, dass beide wach sind und über etwas reden. Sie bückt sich und sagt, Reka, was auch immer da ist, Reka, sie ist begrenzt. Als sie ging und so tat, als würde sie schlafen, sagt sie, Reka, du kommst hoch, ich komme runter. Shiva ist derjenige. Er legt sich sofort auf den Boden und sagt, nein, nein, Tante, jetzt habe ich unten geschlafen, es ist kein Problem, du schläfst dort, sonst bekommst du viel Ärger. Eigentlich wollte er, dass Reka nicht von ihm weggeht und in seiner Nähe sitzt. Deshalb legt er sich schnell nur in Hausschuhen und Schuhen auf den Boden, damit Suman sicher sein kann, dass sie ja schlafen. Wenn Suman nun sieht, dass er geschlafen hat, dann schläft sie auch bequem. Nur dann legt Reka ihre Hand nieder, sie hält Shivas Hände und fragt, bist du eingeschlafen? Shiva hält ihre Hände fest. Er sagt, dass er sich schläfrig fühlt, also steht er auf, setzt sich hin und versucht, sich etwas zu entspannen. Sie bemerkt, dass es eine Tasche unter dem Sitz gibt. Sie greift nach unten, holt die Tasche heraus und überreicht sie ihm mit einem Lächeln. Jetzt nimmt er das Laken, breitet es sorgfältig aus, legt sich hin und versucht, sich bequem zu machen. Doch plötzlich spürt er etwas Ungewöhnliches, das seine Hand ergreift. Jetzt konnten beide nicht mehr schlafen. Ab und zu stand er auf und setzte sich wieder hin. Und manchmal steht sie auf und setzt sich. Auf diese Weise flirteten sie miteinander. Ebenso verbringen sie die ganze Nacht damit, miteinander zu scherzen, und halten um 6 Uhr morgens am Bahnhof an. In diesem Moment wacht Suman Yuti auf und sagt, Bruder, mach bitte den Weg zur Toilette frei, denn unterwegs sind alle bewusstlos. Was ist passiert? Jetzt steht man auf, geht vorwärts und rückwärts. Danach kommt sie zurück, ruft ihre Töchter und sagt, geh auf die Toilette, es ist jetzt frei, sonst sind sie beschäftigt. Sie gehen auch, und um 8 Uhr morgens machen sie sich frisch. Die Leute trinken Tee, frühstücken, und danach beginnt der Tag, oder sie sitzen im Zug, essen, trinken, reden, während der Zug fährt. Der Zug sollte Preyagrei gegen 5 Uhr abends erreichen, hatte jedoch eine Stunde Verspätung. Diese Leute waren vom Sitzen müde und verließen Schiviki. Nun, sowohl Ria als auch Reka sagen, Bruder, wenn du uns durch dieses Fenster geführt hättest, hätten wir ein wenig herumspazieren können, denn der Zug wird hier eine halbe Stunde stehen bleiben. Also hilft er ihnen allen, durch das Fenster zu klettern, um etwas zu essen, und dann kommt Rahim zu Fuß zurück, aber sie erreicht den Bahnhof sehr spät. Schließlich steigen alle Leute aus. Rekas Onkel war mit seinem Auto zum Bahnhof gekommen. Auf ihren Gesichtern lag große Traurigkeit, dann fragte Suman, Bruder, wie wirst du jetzt nach Hause kommen? Er antwortet, dass sein Zuhause etwa 30 Kilometer entfernt sei. Er sagt, er werde nicht so weit gehen, sondern am Bahnhof bleiben, da es um diese Zeit keine andere Möglichkeit gebe. Wenn ich morgens gehe, sagt sie, dass du wegen uns die ganze Nacht wach bleibst. Du hast unten geschlafen, und hier werden dich die Mücken die ganze Nacht stechen. Wie kannst du da schlafen? Also mach eines, geh zum Haus meiner Schwester, schlafe dort bequem und geh morgen früh los. Sobald sie das hören, diese Leute dem Glück sind keine Grenzen gesetzt, sagt er, okay, Tante, danke, dass du so aufmerksam warst. Sie antwortet, Bruder, was ist der Sinn der Freundlichkeit? Ein Mensch ist für andere Menschen da. Er erreicht ihr Haus, genießt gutes Essen, schläft gut und wacht um 8 Uhr morgens auf. Nach dem Frühstück planen sie einen Ausflug. Rekas drängt ihn, bis zum Abend zu warten. Suman stimmt zu, ja, Bruder, lass uns am Abend gehen. Wir machen einen Spaziergang, und du kommst mit. Zuerst weigert er sich, aber als Reka ihn zwei- oder dreimal fragt, stimmt er schließlich zu. Jetzt gehen diese Leute spazieren, sie wandern den ganzen Tag herum. Und an diesem Strand, dort waren Rhea und ihre Tochter. Es war die Tante und ihre Tochter, die beide erfahren hatten, dass zwischen Shiva und Reka etwas im Gange ist. Jetzt machen sie Fotos von ihnen, machen sich über sie lustig. Danach wird es Abend, Shiva geht zu seinem Haus. Als er gehen will, füllen sich Rekas Augen mit Tränen, und auch Shiva fühlt sich im Moment genauso. Wir bleiben 15 Tage und kommen dann zu Besuch. Du bist ein sehr guter Mensch, sagt er. Tante, ich werde die Chance bekommen, aber ich muss auch nur 15 Tage bleiben. Danach muss ich nach Mumbai. Er sollte zwei Monate bleiben, aber sagt, nur 15 Tage. Vielleicht bekommt er die Chance, zusammenzugehen, und jetzt reist er von dort nach Hause. Als er endlich zu Hause ankommt, ruft er Reka an und teilt ihr mit, dass er sie wirklich sehr vermisst. Daraufhin sagt Reka, warum hast du mich verlassen, ich vermisse dich auch so sehr. Langsam vergeht etwa eine Woche, und eines Tages kommt Shiva mit einem Motorrad dort an. Die Freude dieser Menschen ist grenzenlos, nachdem sie ihn erblickt haben. Reka umarmt ihn jetzt sofort, als sie ihn sieht. Und sie sagt, wenn er nach langer Zeit kommt, fragt er, was ist das Vertrauen eines Reisenden? Wer weiß, vielleicht ist dieses Treffen das letzte. Danach bleibt er den ganzen Tag und geht dann nach Hause. Nach 15 Tagen treffen sich diese vier Personen erneut am selben Bahnhof. Dies geschah, weil sie jetzt nach Mumbai zurückkehrten. Diesmal war das Ticket, das sie hatten, ein AC-Ticket, ein Komfort-Ticket für alle vier. Wieder voller Spaß kehren sie nach Mumbai zurück, und danach telefonieren Reka und Shiva Ha weiter miteinander. Sie haben sich immer wieder geschworen, zusammen zu leben und zu sterben. Beide verlieben sich tief ineinander, und jetzt möchten sie heiraten. Seitdem sind drei Monate vergangen. Der größte Unterschied zwischen ihnen war der soziale Status. Denn Rekas Vater verdiente mehrere hundert Rupien im Monat. Um dort Geld zu verdienen, betrug sein Gehalt 30 Rupien. Dennoch hoffen beide, dass sie auf jeden Fall heiraten werden. Aber was als nächstes passiert, ist ungewiss. Liebe Freunde, bitte teilt uns im Kommentarfeld mit, wie euch die Geschichte gefallen hat. Vielen Dank!